Kapitel 61 Lange Nacht Hermine versuchte, über den Kamin Harry zu erreichen, der normalerweise bei dem kleinsten Geräusch wach wurde. Allerdings war er nicht zu erreichen und Hermine unterließ es anschließend schnell. Ginny wecken wollte sie nicht. Sie musste früh aufstehen, Albus zur Schule zu bringen und dann selber zur Arbeit bei George, der sie eh schon maletrierte und hin und her scheuchte. Hermine wollte sie einfach nicht mehr mit ihren Problemen belasten. Das änderte jedoch nichts daran, dass die Brünette kurz davor war, einen Nervenzusammenbruch zu erleiden. Vielleicht hatte sie sich einfach zu viel zugemutet. Sie war müde, erschöpft, hatte die Nacht davor kaum geschlafen und jetzt schien die ganze Situation noch aussichtsloser zu sein. In ihrer puren Verzweiflung dachte sie darüber nach, zu Draco zu flohen. Weinen in seinen Armen zusammenzubrechen und zu beten, dass das alles nur ein schlechter Albtraum war, doch es war kein Albtraum. Es war Realität. Und in der Realität tat man manche Sachen, die man normalerweise nicht getan hätte. Also atmete Hermine tief durch, riss sich zusammen, nahm erneut etwas Flohpulver, warf es in den Kamin und rief bei George an. Denn Harry erwähnte, dass Ron zur Zeit bei ihm verweilte. Sie hatte Glück. George war wach. Herminelein, was geht? George, ist Ron bei dir? Hermine zitterte in die Hände. Es war ja unfassbar unangenehm, George, um diese Uhrzeit zu stören. Jupp, der Taugenicht sitzt gerade in meinem Wohnzimmer und bedient sich an meinem Inventar. George schien es überhaupt nicht zu wundern, dass Hermine trotz Rons Eheproblemen bei ihm anrief und nach ihm fragte. Die Brünette war etwas erleichtert über seine Reaktion. Einige Minuten später war sie, trotz ihrer Schwangerschaft und nicht wissend, ob das okay war, zu George geflot, dessen Haus fünf Zimmer beinhaltete und größtenteils geräumig war, wenn nicht Unmengen von experimentellen Scherzartikeln herumlagen. Aber soweit Hermine wusste, hatte George ein externes Lager für die Produktion. Als Hermine sich etwas verlegen den Ruß von der Kleidung abklopfte, kam Ron ihr sofort in seinem altbewährten Pyjama und verwuschelten Haaren überrascht entgegen. Er weiterte seine Augen. Hermine, was machst du hier? Hermine blickte von George zu Ron, räusperte sich dann anschließend, während sie sich unsicher mit ihren Fingern spielte. Ich, ähm, brauche deine Hilfe. Ohne zu zögern nickte Ron hektisch und zupfte an seinem Pyjama, um dann in seinem Gästezimmer zu verschwinden und sich umzuziehen. George verschränkte seine Arme und lehnte sich gegen seinen Wandschrank, während er Hermine beobachtete. Was ist los? Fragte Hermine ihn mit fragendem Blick und George zuckte einfach nur grinsend die Schultern. Du verdrehst den Jungs ganz schön den Kopf. Hermine seufzte tief und lief feuerrot an. George, das ist völlig Unsinn! Besonders überzeugt klang sie jedoch nicht und das Grinsen von George wurde noch breiter. Du musst dich aber entscheiden, das ist dir bewusst, oder? Hermine lehnte sich erschöpft gegen die Wand. Ich hab mich längst entschieden, George! Sie rollte mit den Augen und lachte bitte auf. Oder auch nicht. Wahrscheinlich ist es das Beste, einfach allein zu bleiben. Oder zu zweit. Hermine blickte auf und George... Achso, oder zu zweit. Hermine blickte auf und George zwinkerte vielsagend. Hermine klappte erschrocken die Kinnlade auf. Auch wenn das Zweideutige gemeint war, sie verstand genau, was er meinte. Du hast gelauscht? George! Nö, hab ich nicht. Freddy hat's mir erzählt. Hermine legte wie automatisch ihre Hand auf ihren Unterleib und starrte George an. Dann öffnete sie ihren Mund. Wie... George zwinkerte erneut. Dann sprach er etwas gedämpfter. Der Siebter sind unter Zwillingen. Aber eines sag ich dir. Würde Freddy noch unter uns sein, dann würde er nicht mehr zurückstecken. Zurückstecken. Weder für Ron damals, noch für Mel für heute. Hermine schaute George mit großen Augen an. Sie realisierte erst einige Sekunden später diese machtvollen Worte. George hob seine Hand und langte nach einem Schlüssel. Den warf Hermine zu, die ihn gekonnt auffing. Was auch immer du vorhast, den wirst du brauchen. George beugte sich flüstern zu ihr. Schwanger solltest du nicht fluchen. Hermine starrte George noch immer an, als Ron angezogen aus dem Zimmer kam. Ich bin fertig, Hermine. George gähnte plötzlich laut und streckte sich. Die Brünette blickte ihm noch immer sprachlos hinterher, wie er lässig in seinem Zimmer verschwand. Sie musste später noch mal intensiv über seine Worte nachdenken. Das waren zu viele Informationen, selbst für eine Hermine. Ich verstehe sie immer noch nicht, also die Worte von George. Ich auch nicht. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Wir diskutieren noch mal nach dem Kapitel. Ron waltete seine Augen, als er den Schlüssel in ihrer Hand bemerkte. Er überlässt uns seine Fort Anglia? Mir, Ron. Nicht dir. Wir wissen ja, was damals mit deines Vaters passiert ist. Erwiderte Hermine schnippig, war aber in Gedanken bei den Worten, die sie eben gehört hatte. Sie starrten sich einen Moment lang an und fingen dann an zu grinsen. Wieder dieses Gefühl der Vertrautheit, dieses Gefühl wahrer Freundschaft, egal was passierte. Ron räusperte sich und stellte sich theatralisch kampfbreit hin. Also, bei welcher Schlacht wird meine Hilfe gefordert, Miss Granger? Hermine lächelte erst kopfschüttelnd, stellte sich dann aber aufrecht hin und holte tief Luft. Ich muss deinen Bruder Charlie erreichen, alles weitere erkläre ich bei mir. Ron nickte sofort. Okay, dann lass uns apparieren. Er hob unsicher seine Hand und wollte sie Hermine hinhalten, als dieses sich räusperte und Ron seine Hand sofort wieder wegzog. Lass uns lieber das Auto von George nehmen, das erkläre ich auch später. Ron rollte genervt mit den Augen. Das sagst du immer und am Ende, nee, das sagst du immer und am Ende erklärst du nichts. Ich weiß bis heute nicht, was damals mit dir und Harry im Krankenflügel geschehen war. Und mit dieser komischen Kette. Und wieso du in zwei Unterrichtsfächern warst, aber irgendwie auch nicht. Was war da eigentlich? Wie hast du das gemacht? Hermine schobst du Ron lächelnd an. Komm schon, Ronald. Draco und Harry waren nach Hogsmeade appariert und hatten durch den geheimen Lagerkeller im Honigtopf den Weg ins Schloss genommen. So kamen sie direkt aus einer Öffnung durch Gunnhildar, der buckligen Stator, im dritten Stock hinein ins Hogwarts-Schloss. Draco war erstaunt, denn er kannte diesen Durchgang nicht. Noch weniger verstand er, wie sie als Fremde überhaupt Zugang bekamen, so dachte er, dass das Schloss gesichert war. Das sagte auch Harry. Dessen selbstverständliche Antwort war nur... Ich bin Harry Potter und Auro Malfoy. Natürlich wird mir der Zugang ins Schloss nicht verwehrt, was Draco mit einem Schnauben kommentierte. Im Grunde war Potter eigentlich noch immer stockarrogant. So schlichen sie gemeinsam unbemerkt durch die Flure und Draco bekam ein mulmiges Gefühl im Magen. Es war knapp zehn Jahre her, als er das letzte Mal in diesem Schloss war. Es fühlte sich falsch an. Komisch. Er wusste nicht, ob es positiv oder negative Erinnerungen waren, die ihn sofort beschlichen. Ob es ein fremdes oder vertrautes Umfeld war. Als er beim Laufen durch die Flure langsamer wurde, blickte sich Harry, der ihm einige Schritte vorausgelaufen war, Fragen zu ihm um. Draco blieb von dem schlafenden Porträts vor den Treppen stehen. Nach kurzen Zögern und einem langen Blick sprach Harry leise, fast tröstlich zu ihm. Malfoy, ich weiß, wie du dich fühlst. Dasselbe Gefühl hatte ich auch, als ich wieder hergekommen bin. Draco wandte sich zu Harry um und sein Blick wurde kühl. Potter, du wirst nie dasselbe Gefühl haben wie ich. Harry schnaubte und wandte sich wie Draco auch zu den schlafenden Porträts. Stimmt, vielleicht sind meine Gefühle ja zehnmal schlimmer. Draco wandte sich von Harry weg, überlegte es sich allerdings anders. Er blickte ihn mit einem undefinierbaren Blick an. Also, hast du nicht wie ich versucht, den Schulleiter zu ermorden, sondern alle Lehrkräfte? Harry hielt kurz inne und Draco hoffte seltsamerweise, dass seine grausamen und brutalen Worte genauso ankamen, wie er sie ausgesprochen hatte. Eben, grausam und brutal. Aber Harry schien davon ungerührt. Er zuckte nicht einmal mit der Wimper. Nein, Malfoy. Ich habe nicht unter dem Einfluss und der Drohung des mächtigsten, schwarzen Magiers versucht, den Schulleiter zu ermorden. Ich habe aber dafür in der ersten Klasse einen Lehrer ermordet, an dessen Hinterkopf dieser Magier klebte. In der zweiten Klasse habe ich einen Basilisken getötet, weil er sonst mich und etliche andere getötet hätte. In der dritten habe ich erfahren, dass der beste Freund meines Vaters als Ratte lebt und meine Eltern verraten hat. Harry wurde emotional, dementsprechend auch lauter, während er näher an Draco heranschritt. Bei jeder Aufzählung erhob Harry einen weiteren Finger. In der vierten Klasse, Malfoy, habe ich einen Schulkameraden sterben sehen und in der fünften Klasse ist der letzt verbliebene meiner Familie, mein Patenonkel Sirius Black, getötet worden. Übrigens war mein sechstes Jahr auch nicht endlich Kuchenschlecken angesagt, denn da musste ich monatelang im Walz pennen mit Hermine und Ron. Wir würden gejagt von Greifen, Todessern im sechsten, das war doch im siebten, Todessern und Voldemort. Also erzählt mir verdammt doch mal nicht, dass es dir beschissen geht. Ich habe keine Kindheit gehabt, doch nie. Hör auf, dich ständig zu bemitleiden. Damit kommt man nicht weit. Ich weiß selber, wie es ist, wenn man Menschen verliert, die man liebt. Draco starrte in die Augen Harrys, in dem ein Sturm wütete und zum ersten Mal in seinem Leben wusste der Blonde keine Antwort. Das war jedoch nicht notwendig. Vielleicht hatte er in seinem eigenen Elend vergessen, dass vor ihm dieser eine Junge der Überlebte stand. Eisgraue Augen trafen auf Grüne und Harry war noch nicht fertig. Was zwischen dir und Hermine ist, ist eure Sache, Malfoy. Aber ich gehe davon aus, dass du, wenn es ein Kind gegeben hätte, du es nicht wolltest. Ich frage mich, wie du das ertragen hättest bei dem Verlust, den du bereits... Bevor Harry etwas sagen konnte, platzte Draco der Kragen. Er fuhr Harry so schroff an, dass einige Porträts aufschreckten. Sala Zapata. Grät, kein Scheiß, von dem du keine Ahnung hast. Niemals hätte ich sie genötigt abzutreiben. Verdammt, ich wollte es nur wissen, ob sie es überhaupt ist, weil ich sonst bei ihr geblieben wäre. Hätte sie dann nicht rausgeschmissen. Wie edel von dir. Also führst du eine Beziehung dann nur, weil es ein Kind gibt, anstatt deine Probleme mit Hermine zu klären und Lösungen zu finden? Draco schaute Harry mit blanker Wut an, als sich dann das Porträt von Gilbert, dem törichten Henker, mit dem langen weißen Bart sich empört zu Wort meldete. Würden die Herrschaften die Güte besitzen, woanders zu diskutieren? Wir wollen schlafen, Herrgott nochmals! Draco warf dem Porträt einen letzten wütenden Blick zu und lief an Harry vorbei zur Treppe. Der Schwarzhaarige folgte ihm schließlich schweigend, bis sie in den Kerkern ankamen. Und jetzt können wir diskutieren. Also, sorry, aber ich konnte nirgendwo aus Freds Worten... Also, man kann irgendwie noch verstehen, wenn man ganz abstrus denkt, dass Fred das irgendwie sagen konnte, so wegen Schwangerschaft und so, an George weitergeben konnte mit Zwillingenzeichen und sowas. Aber ich habe nirgendwo daraus lesen können, wie du sagst, dass Fred auf Hermine gestanden hat. Nirgendwo. Würde Freddy noch unter uns sein, dann würde er nicht mehr zurückstecken. Weder für Ron damals, noch für Malfoy heute. Das soll mir das suggerieren? Ich meinte, dass George Andeutungen gemacht hat. Das soll mir das suggerieren? Für mich klingt das eher so... Dass Fred, wenn er noch da wäre, halt nicht sich von Hermine so unterbuttern... Also, wie Hermine das von Draco macht, sich so unterbuttern lassen würde vom Leben. So klingt das für mich. Das finde ich nicht so eindeutig. Danach sagt Hermine, dass sie über die machtvollen Worte später nachdenken würde. Ja, eher... Ich dachte halt eher, dass sie darüber nachdenkt, dass Fred anscheinend irgendwie mit George noch kommunizieren konnte über diese Zwillingsader. Und nicht dafür, dass... Also, wie gesagt, für mich klingt das eher so... Also, ich verstehe, was du mir sagen willst, aber für mich klingt es trotzdem eher so, als Fred... Als würde George sagen, Fred würde jetzt nicht mehr so zurückstecken. Er würde, wenn er leben würde, alles mögliche in seinem Leben tun, dass es ihm gut geht. Und er würde nicht so wie du, Hermine, agieren, sich für Ron zurückzuhalten oder für Lavenders oder für die Ehe oder sowas, dass sie, ähm... die Ehe riskiert und er würde sich aus Hermines Sicht, also, er würde, wenn er an Hermines Stelle wäre, nicht sich von Malfoy unterbuttern lassen. Das verstehe ich aus diesem Satz. Genau, Fred würde in dem Sinne alles anders machen. Achso, okay, du verstehst, wegen Hermine. Aber ich finde, das kann man da nicht eindeutig daraus hervorbringen. Also, das kann man nicht eindeutig daraus lesen, was du da sagen willst, finde ich. Also, ich verstehe jetzt, wie du das meinst, ne? Eben, dass Fred das besser machen würde als Ron und Malfoy und er würde nicht so zurückstecken und dafür, für Hermine kämpfen, wenn er jetzt da wäre. Aber ich finde, das kann man nicht eindeutig rauslesen aus diesen drei Sätzen, wie du das jetzt sagst. Da hätte noch irgendwie, da finde ich irgendwie die Wortwahl zurückstecken oder sowas, finde ich irgendwie falsch angebracht. Da hätte ich, glaube ich, mich ein bisschen mehr klarer ausgedrückt. Genau, also ich hätte irgendwie klarer ausgedrückt, dass Fred um sie gekämpft hätte. So, eines kann ich so sagen, Fred hätte, wenn er noch da wäre, mehr um dich gekämpft. Für dich gekämpft. Selbst mit Ron als Bruder und Malfoy als Konkurrenz oder irgendwie sowas. Kein gut sonderes, dass es noch kommt oder so, ja. Vor allem, wenn Hermine darüber nachdenkt, oder sowas. Aber aus diesen drei Zahlen kann ich, kann ich das jetzt nicht für mich so eindeutig herauslesen, wie du dir das gedacht hattest. Das war von Anfang an schon so geplant, aber es musste jetzt nicht so sinngemäß auseinandergenommen werden. Dazu kommt noch was. Okay. Okay, okay. Ja, ich bin gespannt. Spannend! Spannend!